Herzlich Willkommen zur zweiten Runde des Sega Master System. Mega Sega Master System. Und ich habe die nächste Kotscha dran getan und das ist die von Mega Games 1. So, könnt ihr sehen, ist klar. Ganz ehrlich, auch mit Handbücher. Das kennt kaum noch einer von euch, glaube ich, Handbücher. Meistens darf man ja dann irgendwie Spiele so gemacht, dass da irgendwie ein Tortorio spielen darf und so. Aber hier muss man auch hier, nur falls ins Handbuch gucken. Ja, Instruktionen nehmen will, alles klar. Da scheint aber auch nur zwei Spiele drauf zu sein. Wir schauen mal rein. Das ist ein Spiel, glaube ich, so ist es mittlerweile dann dreimal, ne? Das ist die Quenny Quasch-Variante. Wir schauen einfach mal nach. Auf geht's. Wir starten die Cartridge. Ah, hier sind drei Spiele drauf. Ah ja, genau, das Columns haben wir jetzt, das haben wir jetzt dreimal. Ja, genau, wir haben Fußball, sehr schön. Columns haben wir hier. Gucken wir uns dann auch gleich, wenn wir schon haben. Super Hang-On. Gucken wir uns Super Hang-On. Gucken wir uns mal an. Press Start. Oh, egal. Neues Spiel. Passwort. Damals hat man die Passwerte aufgeschrieben, um seine Spielposition zu speichern. Interessant. Arcade-Mode, Original-Mode. Ach so, Motorrad. Okay, Start. Start. Start the Game. Arcade-Mode, Start. Ja, einfach starten. Ja, Start. Oh, da ist auch wieder Fehler. Oh, Mist. Ich glaube, da ist ja ein Fehler Cottage. Huah. 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 Wir machen die Kontakte mal so auf. Moment. Wir machen die Kontakte mal so auf. Moment. Kontakte mal so auf. Wir machen. Die sind ja schon sehr alt, die Spiele. Da haben wir bestimmt noch so eine Korrosionsschicht draufgebildet. So. Von beiden Seiten Kontakte? Ja, gar nicht. Okay. Dann starten wir es nochmal. So. Einschalten. Und probieren wir es nochmal. Okay. Wir sind nicht dran, das wandere ich aus dem Bild raus. Kartoffel schlecht gelesen. So. Weiß man auch nicht, wie gut der Emulator ist jetzt. Wir starten nochmal das Motorrad-Spiel. Alles los. Einfach. Naja. So wie ich das gebe, kommt dieser Fehler. Ah, schade. Da geht mal Gas hier. Wie fahre ich denn schneller? Gefällt der nicht schneller? Hallo, schneller. Das ist kacke. Schade, dass es ja so kaputt ist. Keine Ahnung, wenn man hier Gas gibt. Hm. Jo. Gefällt mir nicht. Ich hoffe, die anderen Spieler haben nicht diesen Fehler mit drin. Das kann aber nur Kontaktprobleme sein. Oder wie gesagt, Probleme mit dem Emulator. Ich müsste eine echte Konsole von den Dingen haben. So. Starten die Kartoffel wieder. Jetzt sind wir hier. World Cup Italien. Italien. Entschuldigung. Ähm. Starten. Ich hoffe, dass das ist heil. World Cup Test Match. Test Match. Machen wir. Zack. Start. Egal. Einfach los. Einfach los. Einfach los. Ähm. Ach, da war Deutschland noch geteilt. Ach Gott. Super. Jetzt zusammen starten. Schumann. Stein. Meier. Ach so. Goalkeeper Assange. Schumann. Schumann. Willem Schumann. Und Defender. Ich kenne die damals. Nehmen. Sagen wir schon was. Aber. Mal gucken sie in der Hand. Der Statistik. Ja. Jakobs. Und. Stilke. Stilke. Und. Stilke. Ach so. Ich muss so viele nehmen. Okay. Mittelfeld. Reitner. Schäfer. Schäfer. Und. Rotons. Brauche ich noch einen. Nehmen wir Priegel. Vorne. Müller. Und Hahn. So. Mal schauen wir mal. Äh. Select. Team. Habe ich das schon gemacht? Hä? Für Team. Ja. Ist mein Team. Aber genau mein Tipp. Oder was? Frankreich. Ist mein Gegenteam. Oder was? Ja. Alles klar. Ah. Okay. 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 So. Ah. Gefault. Ey. Das war faul. Das war faul. Oh ja. Das soll. Waaah. 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 Was soll denn das? Ihr schummelt doch. Feier. Feier. Ah. Nein. Nicht nach hinten. nach vorne. Und Feier. So. Ab. Hop. Ja. Sehr gut. Und Abschluss. Nein. Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Nicht weglaufen. Gebt den Ball ab. Nein. Nicht zu dem. Horstie. Hey. Was soll denn das? Nein. Vorbeigelaufen. Mann. Ein Meisterteam. Oh Mann. Mann. Hey. Nicht weglaufen. Wo seid ihr denn alle hin? Das ist immer die oder Kontrolle, die ich jetzt gerade nicht brauche. Cool Kick. Okay. Ach so. Aber ganz nett gemacht, ne? Aha. Und da los. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich weiß auch gar nicht, wie ich da gerade spiele. Es wäre schön, wenn auch die Namen eingeblendet werden. Die ich jetzt gerade... Ach. Oh. Tor. Ja. Toll. Auf volle Kanne an, würde ich sagen. Quick Game. So. Starten die Konsole nochmal. Alles klar. Ausfußball ist wohl nicht mein Ding. Muss ich noch ein bisschen üben. Aber wir spielen mal dieses tolle Kolumns Press Start. Ich sollte ja gar keine Ladezeit haben, ne? Wann ist da los? Hallo? Starten. Jetzt? Ich glaube, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ist kaputt. Jetzt haben wir nochmal. So. Start. Yep. Will nicht. Will nicht. Will nicht. Will nicht. Will nicht. Hört eben aus. brauchen wir auch nicht testen kolumns haben wir auf dem gerät selber installiert wenn wir das unbedingt sehen wollte das spiel aussieht könnt ihr das ja gerne in kommentare erwähnen und vielleicht nehme ich darauf gesicht aber an dieser stelle verabschiede ich mich mit in cover von flashback genau das werden wir in der nächsten folge sehen da habt euch fruchtig bis demnächst